Wir sind am Meer. Wir sind tausend Kilometer von Bayern bis an die Ostsee geritten. Und für mich war das der bisher größte Höhepunkt meiner Reisen überhaupt. Aber um ehrlich zu sein, ist das Spannendste, wieder zurückzukommen von der Reise. Denn erst dann merkst du, was es eigentlich mit dir gemacht hat. Ich fühle mich gerade nicht wirklich frei, ehrlich gesagt. Andere würden sagen, boah, die lebt ja die absolute Freiheit. Klar, es ist in meinem Alter momentan einfach so, was will ich mit meinem Leben machen. Irgendwann muss man halt dann auch mal eine Entscheidung treffen, auch die Millenniumskinder. Topf aus, einfach machen. Ich sehe das überhaupt nicht so, als wäre das jetzt so ein Aufgeben. Es scheint so, als hätte dir irgendjemand irgendwann beigebracht, dass du die Strahlende sein musst, um geliebt zu werden. Viele sagen, es ist der Anfang eines neuen Zeitalters. Simone steht für mich, für all die jungen Menschen, die herausfinden möchten, wer sie wirklich sind und was sie jetzt Isabel zur Verfügung stellen möchten. Egal wie verrückt euer Traum ist. Es funktioniert, wenn ihr dran glaubt. So, es ist der Fall, es ist der Fall, ein Zer.